So... Ähm... 1, 2, 3... Wenn schon, denn schon, dann sollten wir auch wenigstens alles ordentlich machen. Und ich quatsche gerade ziemlich viel links-lastig. Was dann hoffentlich späterlich nicht die Aufnahme ruinieren wird, aber... Egal. Heute früh stehen wir eh alle ein bisschen neben der Spur. So... 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 Das Nervigste hier ist eigentlich letztendlich das Scheibe reinzusetzen, liebe Freunde. Egal. Die Mittleren immer dann so genau zur... Ganz exakt so die Mitte zu treffen und... Egal. Ich versuche eigentlich gerade nur irgendwie verzweifelt ein Thema zu finden. Dann sollte man es eigentlich lassen, weil dann geht das eh tierisch in die Hose. Hat man ja gerade gemerkt bei dem Thema Scheiben einsetzen. Und ich entschuldige mich auch dafür. Ganz, ganz schlimm. Das ist schon sehr traurig. Und ich bewundere euch, dass ihr euch das hier wirklich antut. Äh... Wir brauchen... Eine Axt. Hatten wir noch eine? Ähm... Nein. Hatten wir natürlich nicht. Yay. Noch vier Eisen. 17 Eisen macht die ganze Sache hier auch nicht besser. Und ich bin so frustriert, ich musste mir jetzt erst einmal ein... Ops. Eine Nähter Ziegel in die Wand setzen. Mist. So. Und... Absolut unauffällig geht es weiter. Was zu hören ist, ist... Fable... Und... Borrstone. Ja... Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ich mag Fable. Vielleicht war ich auch so... Ich glaube Fable könnte auch so das... Erste Computer... ...Action-Spiel gewesen sein, was ich jemals richtig gesuchtet habe. Aber ich glaube so Lego-Insel oder sowas zählt da eher nicht dazu. Aber ja Lego-Insel auch schon ziemlich cool war. Weil man könnte Skateboard fahren... Und so... Das hat auch schon was für sich. So... Ich... Ich glaube... Ich... Ich... Es... Und überhaupt Monster an? Achso, nein. Natürlich war keine Monster an. Wenn wir die im Neto ausschalten, dann sind die ja auch... Äh. Dann sind die ja auch natürlich auch hier ausgeschaltet. Irgendwo logisch. Ähm. Hm. Hm. Das ganze können wir theoretisch bis... Schauen wir mal diese Länge hier... Halt... Durchziehen. Und... Dann machen wir das ganze hier und genau hier. So. Und... So. Wunderschön. So. 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 Vor kurzem habe ich mir auch mal wieder... Scott Pilgrim... Versus... ...den Rest der Welt... ...angesehen. Kennt ihr einen von euch? Oh, ein genialer Film. Sag ich euch. Ein genialer Film. So. 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 Der hat auch so die Effekte und so... Die sind auch alle relativ... So... An Spiele gebunden. Wie ähm... so bekommen wir nämlich hier einen wunderschönen großen offenen raum so die decke hauen wir auch gleich raus und können wir auch gleich mit ersetzen aber eine schaufel haben wir doch irgendwo perfekt die kohle nehme ich hier mal noch schnell mit denn kohle können wir immer gebrauchen dadurch wir uns ja auch mal wieder fackeln machen sollten dadurch ja auch unser nähter vorhaben sehr viele fackeln frisst so hier begeh ich einfach ein bisschen schmuh und stoppte das ganze mit dreck aus denn wie wir alle schon seit kindesalter her wissen dreck ist gesund wieso gibt es noch eigentlich gar keine werbung für dreck diese werbung könnte halt dann ungefähr so ablaufen damit halt so ein zwölfjähriger halt so vor der kamera steht so ein total schlammigen und dreckigen mund hat und dann heißt es halt so früher früher hatte ich ein super abwehrsystem aber seitdem ich angefangen habe dreck zu fressen habe ich jede beschissene krankheit das nenne ich mal eine motivierende werbung hm wir könnten uns ja mal einen wintergarten anlegen der dann hier raus so geht so hoch jetzt muss ich gerade an das kind denken ja doch das stellt man sich dann letztendlich doch schon ziemlich lustig vor wenn wir dann sagen so ab hier der wintergarten ja scheint auch eine gute länge zu sein weil der wird ja dann größtenteils nur aus steigen bestehen und da können wir dann keine ahnung was anpflanzen und meine schlaufen jetzt nehme ich hier wirklich gerade den halben berg auseinander fange gerade schon wieder ein projekt an was ich eigentlich noch gar nicht anfangen brauche eigentlich ich meine wir sind jetzt hier noch lange nicht so weit dass sie sagen könnten jawohl das schlafenial ist man morgens mit dem wintergarten das haben wir ihr auch Fatzi Fatzi Zwei Vier Sechs Zwei Vier Sechs Zwei Vier Sechs Zwei Vier Sechs 11 ist gut, weil dann machen wir 2, 4, 5, 6, ich habe hier die Mitte, wir brauchen Dreamstone. 2, 4, genau, und hier auch. Um.